Ich bin vom Land aufgewachsen, also meine Graseltern haben gebraucht und insofern habe ich natürlich schon bezogen. Ich war ja auch 4,5 Jahre Landwirtschaftsministerin, also ich weiss ein wenig, von was ich rede. Also für mich persönlich ist es immer einfach Tierschau, weil das ist etwas, was faszinierend ist, auch für Kinder. Und im Alltag eines Bundesrates hat man ja wenig Gelegenheit, so mit der Natur, mit Tieren in Berührung zu kommen. Ich meine, schmeichelhaft für uns selber. Und so suchten wir nach etwas Edlerem. Ein fantastisches Gefühl. Wir dürfen das Jubiläum des Olmar öffnen, Gastkanton zu sein. Der Thurgau, der der Loi in St. Gallen loslässt. Elf, zehn Tage vor uns. Herrloch, ich freue mich einfach für den Thurgau, für die Stadt St. Gallen, für die ganze Schweiz.